Die Jugend ist unsere Zukunft, sie ist die Zukunft Europas und die Jugend ist erst recht die Zukunft des Landkreises. Ich wertschätze sehr die Jugendarbeit der evangelischen, der katholischen Kirche, natürlich des Kreisjugendrings. Ich schätze besonders auch die Jugendarbeit der Feuerwehr und der Sportvereine. Und ich denke, dass eigentlich die Arbeit der Jugend in Zukunft noch wichtiger wird, weil man muss sehen, auch in unserem Landkreis, wir sind eine immer buntere und lebendigere Gesellschaft und man darf niemals die integrative Kraft der Jugendarbeit unterschätzen. Die Jugendarbeit ist eine Direktinvestition in die Zukunft Europas.